Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen. Ja, an dieser Stelle sollte normalerweise eigentlich Horsehaven kommen, aber kommt es leider nicht. Wie ihr seht, sobald er versucht, der Android-Oberfläche zu laden in Bluestacks, passiert nichts mehr wirklich. Ich kann hier zwar in den Shop gehen, aber ich kann überhaupt nicht mehr auf Android zugreifen. Wenn ich jetzt hier wieder draufklicke, dann kommt wieder dieser Ladebalken. Ich habe jetzt das Problem, seit Windows das Update gemacht hat. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Deswegen sind, glaube ich, am Dienstag oder am Mittwoch die Videos ein bisschen später gekommen als geplant. Und seitdem geht das anscheinend nicht mehr. Ich war nämlich den Tag vorher noch drin und da ging es noch. Und jetzt wollte ich aufnehmen für morgen, beziehungsweise jetzt für heute. Ja, und ich komme leider überhaupt nicht mehr rein. Das heißt, ich könnte jetzt gerade, das liegt nicht an Horsehaven, das liegt generell an Bluestacks. Ich habe es auch schon mal neu installiert, aber es passiert leider genau dasselbe. Ich muss jetzt mal gucken, wie schnell ich dann da wieder Ersatz hinbekomme. Es gibt ja noch diesen anderen Player. Ich werde es mal damit versuchen, in der Hoffnung, dass das noch funktioniert. Sollte es wieder klappen, dann kommt morgen eine Folge. Wundert euch aber bitte nicht, wenn morgen keine Folge kommt. Dann habe ich noch keine funktionierende Lösung gefunden. Ich muss jetzt echt erst mal schauen. Wie gesagt, sollte morgen was kommen, dann kommt es um 9 Uhr. Kommt es nicht, dann wird leider keine Folge kommen von Horsehaven dieses Wochenende. Und dann werde ich gucken, dass ich im Uploadplan ansage, wie es dann weitergeht mit der Sache oder ob ich es erstmal wieder pausieren muss. Es tut mir echt leid, denn gerade jetzt auf den Reitclub hatte ich mich natürlich unheimlich gefreut. Es ist extrem ärgerlich. Ich werde noch ein bisschen rumprobieren. Rechnet aber dieses Wochenende erstmal eher nicht damit. Ich muss schauen, ob ich es nächste Woche hinbekomme. Ihr wisst, nächste Woche ist die Gamescom-Woche. Das heißt, die wird bei uns extrem stressig. Ich muss schauen. Ich werde mein Bestes geben, wie ich es auch schon vorher gemacht habe. Auf einmal kam es dann ja wieder, weil es wieder ging. Ich hoffe, diesmal dauert es nicht so lange. Also ihr Lieben, ihr wisst Bescheid, warum jetzt kein Horsehaven kommt. Es tut mir echt leid. Ich lasse mir irgendwas einfallen. Und wenn Horsehaven gerade nicht funktioniert, dann gucke ich, ob ich vielleicht irgendwas anderes ausweichmäßig bringen kann. Über das Wochenende immer. Okay, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe bis morgen. Ansonsten, wie gesagt, werde ich mir da was einfallen lassen und das dann im Uploadplan sagen, wie es weitergeht. Bis dahin. Tschüss.